Das ist unser neues Maskottchen und es heißt Kiwi und heißt euch willkommen zur 200 Sekunden Mathematik. Kiwi hat eingekauft und einen Kassenzettel mitgebracht. Wenn ihr mal so hinschaut, gibt es auf dem Kassenzettel ziemlich viele Posten und das schaut ganz schön kompliziert aus. Gut wäre es, wenn man Zahlen zusammenbringen könnte, die gut zusammenpassen. 9 und 1 und 5 und 5 passen doch ziemlich gut zusammen. Wenn das Ganze dann auch noch als Rechnung aufgeschrieben werden würde und man müsste von links nach rechts rechnen, würde man ganz schön verwirrt schauen. Das ist nämlich eine Menge Arbeit. Aber vielleicht gibt es Rechengesetze, mit denen wir viel leichter rechnen können. Solche Rechengesetze gibt es natürlich. Das erste, wenn wir zum Beispiel 4 Euro Guthaben und 2 Euro Schulden zusammenrechnen oder 2 Euro Schulden und 4 Euro Guthaben zusammenrechnen, auf beiden Seiten werden wir dasselbe Ergebnis rausbekommen. Das gilt übrigens für egal welche ganzen Zahlen, nehmen wir A und B als Platzhalter für irgendwelche ganzen Zahlen. A könnte zum Beispiel sein, plus 4 und B könnte beispielsweise minus 2 sein. Dann ist es egal, ob du rechnest A plus B oder B plus A. Das Ganze nennt man dann Kommutativgesetz der Addition. Unser Kiwi verrät uns, Kommutare heißt vertauschen, das Vertauschungsgesetz der Addition. Es gibt noch ein zweites Gesetz. Stellen wir uns mal vor, ich habe 3 Euro Schulden, 4 Euro Guthaben und nochmal 2 Euro Guthaben. Dann könnte ich zuerst ganz normal die erste Zahl mit der zweiten zusammenaddieren und dann anschließend das Ergebnis mit der dritten Zahl. Das sieht dann so aus. Also ich rechne zuerst die ersten beiden Zahlen zusammen. Aber ich könnte aber auch zuerst die anderen beiden Zahlen zusammenaddieren, die beiden letzten Zahlen sozusagen. Denn da macht es ja viel mehr Sinn, zum Beispiel das Guthaben zuerst zu sammeln und es dann mit den Schulden zu vergleichen. Die Rechnung würde so ausschauen. Und dann würde bei beiden Seiten dasselbe rauskommen, nämlich 3 Euro Guthaben. Es ist egal, ob du die ersten beiden Zahlen zusammenaddierst und dann mit der dritten Zahl oder ob du die zweite und die dritte Zahl zusammenaddierst und dann erst mit der ersten Zahl zusammenrechnest. Das mache ich wieder mit Platzhaltern. Stell dir vor, A, B und C sind irgendwelche ganzen Zahlen. Dann darfst du die Klammer um A und B herumlegen, wenn du möchtest. Du kannst sie aber auch um B und C herumlegen. Also du darfst die Reihenfolge der Berechnung sozusagen festlegen. Dieses Gesetz heißt Assoziativgesetz der Addition. Und unser Kiwi verrät uns, Assoziare heißt verbinden. Du darfst also sinnvolle Zahlen miteinander verbinden, wie du willst. Und das solltest du jetzt wissen. Es ist egal, ob du die erste Zahl mit der zweiten Zahl oder die zweite Zahl mit der ersten Zahl addierst. Du darfst kommutativ tauschen. Und es ist egal, ob du die erste Zahl mit der zweiten Zahl zusammenaddierst und dann mit der dritten oder ob du zuerst die zweite mit der dritten zusammenaddierst und das Ganze dann mit der ersten addierst. Es ist egal. Du darfst sinnvoll verbinden. Diese beiden Gesetze solltest du jetzt namentlich kennen und auch wissen, wann du sie anwenden darfst. Das Ganze ist natürlich dafür da, dass du besonders vorteilhaft im Kopf rechnen kannst. Das Ganze ist natürlich für die zweite Zahl mit der dritten Zahl. Das Ganze ist natürlich für die dritten Zahl. Bis zum nächsten Mal. Das Ganze ist natürlich für die dritten Zahl mit der dritten Zahl. Sie lay Children.